Okay, los geht's. Ja, wir bleiben Anfänger. Story-Modus. In diesem Modus sind Kämpfe wesentlich weniger anspruchsvoll, sodass du dich voll darauf konzentrieren kannst, die Spielwelt zu erkunden, auch wenn du keine oder wenig Erfahrung mit Shooter-Spielen hast. Wähle den Schwierigkeitsgrad Stalker, wenn du ein ausgeglichenes Spielerlebnis suchst. So lernst du die gnadenlose und raue Seite der Zone kennen, so wie wir es vorgesehen haben. Äh, ich glaube, wir lassen das mal so. Weil Stalker 1, wenn ich mich recht entsinne, war verdammt schwer. Das könnte der Grund gewesen sein, warum ich irgendwann aufgehört habe, das zu spielen. Ich bin mir nicht sicher. Wie zu DDR-Zeiten, das raue Leben in der Zone, genau, genau. Oh, ist das jetzt direkt nach Kernschmelze? Wieso wir denn in Fridjet? Okay. Ziemlich dunkel. Laut. Laut. Damn. Ja, machen wir mal so. Wenn es zu laut ist, sag Bescheid. Das ist die Frage. Ob das schon spielkarfiges? Okay. Das ist spielkarfig. Jetzt gehts los. Skiff. Ich kann nicht erinnern. Es ist so fisch. Sind wir, äh, nah? Ja, ein bisschen. Das Zentral-Checkpoint könnte sein, nach dem Emissionen. Aber es gibt einen anderen Weg. Er ist auf der Seite der Fault. Bugger auf! Ich hoffe, dass du nicht verletzt deinen Geheimen Artefakt mit dem Weg verletzt. Wenn es außerhalb der Zone zu lange ist, wird die Anomalistische Energie verloren. Aber ich habe diese Schiene-Metal-Thinge, um es zu rechnen. Eine glückliche Aktivation, und wir haben eine Goldmine in. Sektor 9, Visual Detection von der Fault. Ich sage es wieder, Sektor 9, Visual Detection von der Fault. Komanchi. Ich zeige mir, was du findest. Was ist das? Ich habe gesehen, die Artefakt aus der Zone aus der Fault. Sie sind immer schlägt und schlägt sehr schnell. Aber dieser? Dieser ist nicht aus der Zone. Oh, ich glaube. Wo hast du ihn? In meinem... ...Baske? Kiff. Who do you think you are talking to? You have any idea what this scanner cost me? If it's not an artifact, it's gonna blow us off the hell. I won't let my hard work come to nothing because of you. I won't let you flush it down the shit... Genau, Alter, fass mich nicht an. Geh zum Wissenschaftlerbunker. Nehoda will erklären, wie man mit dem Scanner weitergeht. Er ist für dich wartet. Glückwunsch. Danke. Ah, spring! Ja, aber kurze Finger kann man sein. Bisschen Screen Tearing. Okay, dunkel hier. Aber ich sehe überhaupt nichts, ne? Was können wir denn hier? Hm, okay. Da. Können wir so einfach nicht hoch? Hier geht's, okay. Boah, das ist echt krass dunkel, ne? Warte mal. Gut, hier drin geht's. Ja, das ist ja sicherlich auch so gewünscht, ne? Vom Hersteller. Haben wir Licht? Nein. So, was ist? Besser? Ah, E ist wohl Licht. Okay. Starkes Messer. So, E. Nein. Das sieht doch aus wie eine Lampe, oder? Aber ist es nicht, okay. Äh, wir warten, bis wir erklärt kriegen, was wir hier haben. Äh, nachladen. Ich bin blind. Ich sehe nichts. Also hier schon. Okay. Okay. Ah, das ist viel zu dunkel. Ah, jetzt. Konservendose. Mitnehmen. Okay. Nehmen wir das Messer. Ja, hier. Aha. Kann ich auch mit Maus dort? Ja. Da ist was. Ah, guck, guck, guck. Panzer? Also nicht euer Ernst, oder? Ne. Da ist was. Die hat bestimmt eine Taschenlampe. Warum keine Taschenlampe? Alles nehmen. Musik ist schon creepy, ne? Ja. Frühige Zone, PDA öffnen. Ja, oder? Obdruck P gedrückt? Jetzt. Okay. Durchbruch das immer. Da wollen wir hin. Und so weiter und so fort. Taschenlampe. Wieso habe ich das nicht gesehen? Die Taschenlampe ist wichtig, um sich nachts in der Zone zurechtzufinden und dunkle Orte zu erhellen. Aber Achtung! Der Licht könnte die Aufmerksamkeit von Gegnern erregen, also nutze sie mit Bedacht. Benutze das Rundmenü-Tab, um die Taschenlampe ein- und auszuschalten. Da will er mich verarschen. Das habe ich vorne gedrückt und dann hat er eine Pille genommen. Na, okay. Dann haben wir es ja. Ich habe das Gefühl, könnte gleich schon was passieren, wenn er mir sagt, ich soll ein Medikit nehmen. Oder wie man ein Medikit nimmt. Die Musik schon wieder, ne? Also da müssen wir bestimmt raus, aber ich will mal eben gucken. Ah ja. Ah, jetzt bin ich wieder da. Okay. Dann gehen wir hier mal raus. Ich dachte eben, was sind das für die Geräusche? Hey, 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 hey. Krieger. Okay. Ah, hier ist ein bisschen radioactive. Kommt rein. Nicht, dass wir hier noch Probleme kriegen. Okay. Kosaken-Wodka. Jawohl. Der einzig wahre Wodka. Oh, der Kantenmaler war auch da. Guck an. Oh, der Kantenmaler war auch da. Guck an. Oh, die Geräusche schon wieder, ne? Munition ist immer gut. Und sonst? Nichts. Nichts. Das Wasser ist, glaube ich, keine gute Idee. Ah, da. Alles nehmen. Ich muss ja looten. Ich denke, es wird nicht so leicht. Ich denke, es wird das einfach so leicht. Ich werde das Problem. Ich denke, es wird das Problem. Ich denke, es wird das Problem. Ich denke, es wird das Problem. Aber ich werde es herausfinden. Ja. Da geht es rein. Da ist die Tür. Okay. Ich werde es gleich rauskriegen. Da ist die Tür. Das ist das, was ich vorhin genommen habe. Auf E. Okay. Komisch. Okay. Das ist das Problem. Okay. Das war in dem Rad auswählbar, aber noch nicht verfügbar. so. Weniger Schaden, dafür höhere Reichweite und höhere Genauigkeit. Ja komm, können sie einfach mal da hinpacken, dann haben wir die Qual der Wahl. Ja, wir bleiben mal bei der. Alles einstecken. Was ist das Zeichen hier? Alles gut. Was ist das? Welche Updates? Der Goat ist tot. So sind die anderen Wissenschaftler. Tot? Oh Gott. Wir sind tot. Wir sind tot. Geh sofort raus. Wir sind tot. 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 putzt зовут drastic. Ja, jetzt geht's. Windows 95, jawoll. Mr. Client. Remind me. Ja, wisst ihr, wer direkt abgestürzt. So. Find the detector. This is a mobile lab. Scientists ought to have at least one. I've already got a detector. You'll need to acquire an artifact to shield yourself from the scanner's radiation. If you don't, you might end up joining the goda. How? Oh, there's often. Find an anomaly. After the emission, it shouldn't be that difficult. Then use the detector signal to navigate it. If the stalkers have figured it out, I'm sure you can too. Okay. Detektor. Cool. Alter. Das meine ich, wie vorhin. Man hört's, oder? Ich drück Q wie ein Bekloppter. So, noch ausrüsten, oder was? Oh. Alter. So. Jetzt. Q. Alles klar. Beam me up, Scotty. Scotty. Ja, fuck. Ich muss da rein. 4 Meter. Ja. Ich seh da aber keinen Laptop. Äh. Passt doch nicht suchen. Was haben wir denn hier? Ach. Das ist ein Artefakt. Okay. Ohoho. What the hell? Warte, 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 warte. Oh, komm. Oh. Digga. Du Sack. Ich muss noch weiter, aber ich will erstmal da rein. Da reingucken. Ne, aber sieht nicht so aus. Ah, doch hier. Alles einpacken. Okay. Die Radiation ist hier ein bisschen stark. Na, Schlumpfhausen. Okay. Schon vorsichtig. Ich hatte nichts dagegen, wenn es wieder hell wird. Oh, ich brauche wieder Detektor, ne? Okay. Also Tab gedrückt halten und dann die Knöpfe, damit das hier funktioniert. Dieses Symbol erscheint, wenn du demnächst etwas essen solltest. Ach nee, ne? Ich muss mich um Essen kümmern. Oh. 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 Oh, der ist schon gut. Tuck. Oh. Oh. Oh shit. Oh. 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 ich soll das artefakt ausrüsten das artefakt schnecke schnecke startet ins genvorgang und 1 mit dem laden hier stehen bleiben oder nicht ich bin okay ich bin okay ist das always so noisy fehlt Failed. Oh. Okay. What? Das habe ich mir gar nicht gesehen. Jo. Die Kranade hat getroffen. Alter, what the hell? Warte mal. Wäre schön, wenn ich die sehen könnte. Da. Alter. Alter, echt. Wir gehen mal da rein. Ich habe nur sieben Schuss, ne? Warte mal. Glaub ich. Vier. Aber es ist immerhin eine Schrotflinte. Arbeiten war bei mir nur Alibi. Ja. Wäre hier auch gerne. Möglichkeit, das so sagen zu können. Ah, hier. Hier können wir den Scanner hinstellen. Oh. Hier sind überall Löcher. Da man nicht gleich alle möglichen Viecher von allen Seiten kommen. Igor. Igor Junge. Okay, sonst nichts. Dann stellen wir den Scanner hin. Gucken, was passiert. Er sagt schon, ich bin überladen. Jo. Keine Tipps geben, wie man zu Hause chillen kann. Klingt alles sehr kryptisch. Oh ja. Was? Ja? Schon wieder failed. Geben her. Schnell. Wow. 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 Oh. Was ist er hier? Oh. Bin ich immer noch? Skiff! Are you there? The place is swarming with soldiers. They're gonna shut everything down, and you'll never get out of the zone! Just one spot left. Did you hear me? Drop the damnscanner and come back right now! Wallenvergiftung zu heilen? Ist das hier, ne? das war nur trinken ich hoffe dass das nicht die ganze zeit nur im dunkeln spielt ich bin eher ein freund von hell wichtig energie macht aber nur kuhn jemand zu hause kauft eine neue led lampe hast du es auch hier hat es stimmt allerdings da liegt jemand denn nix einsteigen hat ach ich bin noch gelb im gewicht was zeigte denn hier an aber dies am arsch oder und inhaltbarkeit 39 prozent okay dass man sich mal ein bisschen zurechtfindet tresor was geht nicht kratzer krieg ich das lange genug mache es ist irgendwann weg oder dann jetzt wohl noch nicht muss ich irgendwas tun dafür noch mal drauf springen die soll wohl nicht aufgehen aber da ist ein fenster ohne gitter und das sogar offen wenn es da mal nichts überrascht er trotzdem erst mal rein wenn es doch so einfach ist es das an alles einstecken wenn ich das richtig gesehen habe war das gerade schrothel munition war aber können wir alles durchladen ne es war keine schrothel munition okay wir bleiben mal bei der schrothlinie so dann scanner was haben wir denn hier geöffnet ja aber grün oh wir schauen nach atlantis ja ich krieg besuch auch snipe da oben und No, Forrest. Oh, Digger. Wir kennen uns doch, oder? Irgendwoher. Oh nein, ist er noch mehr? Wir kennen uns doch, oder?